Musik 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 Weiter geht's Mal da rechts hoch gucken Ach, hier geht's noch einmal rum Okay Okay Oh, sieht richtig aus Oh Diese Ruinen sind älter als die Kofun-Periode Es könnte durchaus sein, da hab ich keine Ahnung von Na Kann ich nur Schaut so aus Ja Unglaublich Unglaublich Ich glaube Das ist er Ich glaub Nuga hat ein bisschen Angst über die Brücke zu gehen Probieren wir es mal Oh Oh mein Gott Oh Gott Für ein Kind hast du mir ziemlich viel Ärger gemacht, aber du bist ebenso naiv und berechenbar Oh Tötet sie Oh Gott Das sind sie, die Uni-Wächter Ich kann kein japanisch. Oh Gott. Lecker. 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 Was geht hier vor? Das ist doch ekelhaft. Das ist doch ein Viecher. Das ist doch ein Viecher. Was zur Hölle? Auf den ganzen Knochen und bäh. Boah, diese Geräusche. Das ist doch ein Viecher. Strohflinte. Hätte ich schon irgendwo eine Strohflinte finden müssen? Auf jeden Fall sind das Soldaten hier. Geht vor. Krass. Schützengraben, Schrotflinte. Ach, schlimm genug. Boah, Alter. Ich hasse Gräber. Eine Sonnenkönigin und ihre Sturmwache. Ist es das, was ich gerade gesehen habe? Himiko. Die erste Sonnenkönigin. Das ist ja Matai. Du bist wirklich hier. Und wirklich, wirklich tot. Ja, definitiv. Das ist unglaublich. Das sieht aus wie ein Feuerritual. Ein Opferritual. Schrecklich. Aber warum wurden die Frauen verbrannt? Eine Reise. Eine Pilgerpfahl nach... Ist das dieses Kloster? Wasser eingießen. Aber warum? Fragen über Fragen. Und da bist du Königin. Moment. Da wird kein Wasser eingegossen, sondern Macht übertragen. Das ist ein Aufstiegsritual. Die Wahl deiner Nachfolgerin. Da ist sie! Oh oh. Leg sie auf! Verdammt, sollst du sein! Scheiße! Jetzt bist du schon! Jetzt! Was zum Teufel ist da unten? Was? Was zum Teufel ist das? Was zum Teufel ist das? Was zum Teufel ist das? Ich habe gerade Angst. Ich habe gerade Angst. Wagen, ich verstehe. Ich habe einen Ausgang gefunden. Ich verschwinde jetzt. Okay. Es ist aus. Okay. Scheiße! Sie sind hier! Ich darf jetzt noch kurz durch... eine Intensate! Ab zurück! Oh ja! Ja, also, wir haben das Lager gefunden, äh, das, äh, das, ähm, nicht Lager, auch wir haben Lager gefunden, aber ich meinte, wir haben das Grab gefunden von Himiko, Himiko, richtig? Ja, glaub wohl, der Sonnenkönigung, und hier sind so komische Oni-Wächter oder Omi-Wächter, die sind krass, ich guck mal eben ins Lager. Boah, ist das alles teuer. Mann, Mann, Mann. Das ist mal wieder raus da. Und dann gucken wir mal weiter. Mann, 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 Mann. Oh! 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 Oh!